Wir sind ja gerade jetzt schon bei den teuren Luxus-Düften, ja, und ich habe mir einfach mal überlegt, dass ich mal so fünf Düfte mitnehme, wo ich sage, das ist halt wirklich so das Teuerste, was man sich so normalerweise kaufen kann. Da wollte ich dann mal so ein kleines Feedback geben, was sich davon vielleicht lohnt, was sich vielleicht nicht lohnt, einfach, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was man für diesen Preis bekommt. Jetzt ist es aber so, dass mich eine E-Mail ereilt hat von Xerjoff, der ein oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, und zwar gibt es jetzt Xerjoff-Düfte, die sogenannten Amphore, ja. Sieht ein bisschen aus, ist dem ein oder anderen schon aufgefallen, ja, sieht ein bisschen aus wie das ein oder andere Ding, was sich manche Menschen dann hinten mal so, äh, ne. Und das Witzige ist, das sind halt Duftöle, die in diesen besonderen Flakons kommen, und das geht dann für sechs Milliliter, ja, für 1550 Euro über die Ladentheke, beziehungsweise teilweise für 1700. Und das ist natürlich etwas, was in dem Sinne ultra luxuriös ist, von den Sachen, die hier drin stehen, wenn ich ehrlich bin, kann es aber eigentlich gar nicht so hochwertig von den Inhaltsstoffen sein, dass es so viel Geld wert ist. Also das wäre jetzt quasi so ein, so ein honorable mention, sag ich jetzt mal, was ich da, zwei in eins, ja, gibt es bei ISV-Göstiger, richtig. Ne, ich bekomme die leider nicht zum Testen geschenkt. Ich habe mal mit dem Herbert gesprochen tatsächlich, ob er den, äh, Sergio nicht gewarnt hat, dass das ein bisschen sexuelle Note haben könnte, weil ich tatsächlich, ich habe das auf, auf Instagram gepostet, und, äh, witzigerweise, äh, haben mich direkt irgendwie 40, 50 Leute angeschrieben, meinten so, höh, das sieht aus wie ein Budplug. Aber Herbert meinte, das wäre halt für den arabischen Markt gemacht, primär, und, ja, deshalb wäre das eben, wäre das eben so, wie es ist. Ist halt ultra limitiert, und ich glaube, du zahlst den Preis einfach hauptsächlich dafür, dass es halt limitiert ist, und, äh, dass du eben dann dieses besondere Duftöl einfach dann zu Hause, äh, rumstehen hast, ja. Aber gut, äh, das wäre auf jeden Fall sowas, äh, wo man sehr, sehr viel Geld lassen kann. Wenn wir jetzt auch mal so zu den Sachen kommen, die man sich normalerweise, äh, so kaufen kann für dieses Geld, dann fange ich jetzt einfach mal der Reihe nach an. Ich würde sagen, so das Erste, einfach weil, äh, die Marke inzwischen, finde ich, den Hals nicht voll kriegt, äh, wäre für mich tatsächlich, und das ist natürlich nur so halb ernst gemeint, ne, aber ich denke, Tom Ford muss da auf jeden Fall mit rein. Wobei die Betonung jetzt dann nicht auf Luxus liegt, sondern wirklich eher auf ultra teuer, ja. Ich finde, die bewegen sich inzwischen in einem Segment, wo es mir persönlich keinen Spaß mehr macht, die Düfte zu kaufen. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil mit jedem Release, was die raushauen, werden die Düfte teurer. Äh, sie haben jetzt gerade einfach, äh, die 250ml Flakons von 800 Dollar auf 1100 Dollar angehoben, was ich frech finde, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Wenn es eine Marke gibt, die ich für diesen Preis wirklich nicht empfehlen würde, außer an so Sachen wie Black Friday, wo es die Sachen reduziert gibt, ist es die Marke Tom Ford. Denn, ähm, du bekommst hier einen Plastikdeckel, du bekommst hier so einen ollen Sticker, und ich finde, die Sachen sind ihren Preis einfach nicht wert. Das sind ganz, ganz coole DNAs, die sind auch einzigartig, keine Frage, und trotzdem finde ich die Preisgestaltung inzwischen mehr als frech. Bei den früheren Sachen, wie zum Beispiel Udwood, Tuscan Leather und so, ist das Ganze, finde ich, entspannter. Aber wenn ich mir sowas hier anschaue, den Fabulous oder, ja, diese neuen Releases wie Soleil Bruland, was dann in so einem goldenen Flakon kommt, habt ihr vielleicht auch gesehen, äh, das finde ich dann mehr als frech. Denn, wir bewegen uns damit fast schon in einer Preisklasse, wie du sie zum Beispiel von einem Clive Christian kennst, ja. Und, äh, was man bei Clive Christian bekommt, ist, finde ich, von der Qualität her einfach geisteskrank, ja, geisteskrank gut. Und das wäre aber so eine Marke, die, äh, sich wirklich an die Leute richtet, die schon so ein bisschen was gerochen haben in der, in der Nischen-Szene. Das heißt, wenn du schon so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 Düfte getestet hast und dich schon so ein bisschen auskennst, dann kommst du in einen Bereich, wo Clive Christian für dich interessant sein könnte. Äh, was ich hier habe, ist der Matsukita, den werde ich auch direkt mal suchen, dass wir wissen auch, von wegen, ne, preislich und so, wo das Ganze liegt. Der Matsukita liegt bei 400 Euro, die 50 Milliliter, was, ähm, ein relativ hoher Preis schon mal ist. Wir haben hier eine, ich glaube, eine Extrelle Parfum-Konzentration, ist ein Perfume, genau, das dürfte also eine Extrelle Parfum-Konzentration sein. Und, äh, es ist hier auf jeden Fall von der Qualität her, finde ich, ein, ein sehr, sehr krasses Teil. Und ich würde sagen, wenn man sich in diesem Preissegment bewegt, dann hat man auf jeden Fall hier schon mal qualitativ wirklich sehr, sehr viel. Ich meine, der Flakon ist super nice, ne, Sprüher ist nice. Und von der DNA her, finde ich, ist es einfach mal so ein Duft, der wirklich stellvertretend einfach für diese DNA von Clive Christian steht. Der ist frisch, der hat ledrige Noten, du hast so eine leicht, so eine leichte Würze mit drin, du hast auch so ein bisschen was Moschusartiges mit drin. Also, es hat was von so einer luxuriösen Kernseife, sage ich immer. Und das ist bei Clive einfach bei jedem Duft der Fall. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde nicht alle Düfte von denen gut, ja. Also, was man zum Beispiel empfehlen könnte, wäre der Ex-4-Man. Wo habe ich ihn? Genau, hier den Ex-4-Man. Den, äh, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist ein, ein ultra stabiles Ding. Dann diesen Blonde Amber, der auch gerade im Chat genannt wurde, von Propelzucker. Äh, den finde ich auch extrem gut. Und dann halt eben der Matsukita, den ich jetzt hier habe. Äh, das ist auch, äh, einfach ein richtig stabiles Release. Man sieht halt, ne, frische Noten, du hast so ein bisschen was Blumiges mit drin. Wobei ich finde, Jasmin kommt hier nicht wirklich durch. Aber es hat irgendwie so einen sehr, sehr frischen und, und Moschusartigen Touch. Und es ist einfach, ähm, es ist einfach ein absolutes Gedicht. Also, ich finde qualitativ hier tatsächlich einer der, einer der Besten, äh, von, von Clive Christian. Und da bekommst du halt, ne, klar, 500 Euro ist viel Geld, oder 400 Euro ist viel Geld. An dem Flakon liegt es nicht, aber an den Inhaltsstoffen, an der Komposition. Das heißt, was du bei, äh, Tom Ford, also ich würde sagen, ne, Tom Ford, auch nicht so viel Flakon. Aber da sind die Inhaltsstoffe wahrscheinlich extrem cheap und die gehen halt auf Masse. Hier ist auch der Flakon jetzt, klar, du hast eine Metallkappe, die ist auch echt schwer und alles. Aber es ist halt schon, du bekommst halt von dem Inhalt her, bekommst du, äh, viel mehr für dein Geld. Also, das wäre zum Beispiel schon mal so eine richtig teure Marke, würde ich sagen, was, was sich die wenigsten wahrscheinlich so leisten können. Wenn man dann noch eine Stufe höher geht, beziehungsweise, ich glaube, vom Milliliterpreis her ist es ähnlich, wäre das dann, äh, Roger Parfums natürlich, Diagilev. Äh, hier habe ich jetzt 100 Milliliter, die kosten ungefähr 1000 Euro. Ich glaube, die haben auch ein bisschen den Preis, den Preis erhöht. Aber Diagilev zum Beispiel ist jetzt auch nochmal so in dieser selben Kategorie unterwegs wie so ein Clive Christian. Und zwar einfach extrem, ne, ich meine, luxuriös von der Aufmachung her. Äh, der kommt auch mit so einem, der sitzt dann halt in so einem, in so einem Samtkissen drin, wenn der kommt. Ich muss mal grad schauen, ob ich davon ein Foto finde, ne, ähm, Diagilev, Roger. Das ist jetzt Mask Milano, Russian Tea, aber hier siehst du halt, ne, das steht dann halt auf so einem, auf so einem Samtkissen drauf und so. Also, von der Aufmachung her schon, schon sehr, sehr krass und, und heftig. Und, äh, du hast einfach, ne, goldene Schrift auf der Seite, vorne so eine Plakette drauf. Also, es ist schon sehr, sehr luxuriös. Und der Duft selber ist auch, auch wieder Leder, ne, also sehr, sehr, äh, schönes Leder im Hintergrund. Äh, frische Noten, du hast, äh, Moschus drin, ja, also natürlich nicht echten, aber halt so, äh, das ist ein pudriger Duft. Und der hat einfach was, das ist so dieses, ne, Diagilev ist ja ein russischer Komponist. Und das hat so diese Oldschool-Eleganz einfach, äh, die du haben willst. Ist nicht für jedermann, würde ich sagen. Also, wenn du eher so diesen, diesen mainstreamigeren Geschmack suchst, dann wäre das, glaube ich, eher Matsukita, wäre eher was für dich. Wenn du eher so auf so Oldschool-Düfte stehst und auch mal, äh, mit alten Düften Kontakt gehabt hast, äh, Moschus magst, Leder magst, dann wäre Diagilev eher was für dich. Gibt es jetzt auch ein 50ml, habe ich letztens gehört, äh, dann für entsprechend weniger. Aber dass wir eben auch so dieselbe Preisklasse von diesen Ultra-Luxus-Nischen düften. Gut, dann steigen wir mal um das Doppelte an vom Preis her, ja. Ja, also, gerade war ja so 1000 Euro die 100ml, jetzt kommen wir zu 1000 Euro die 50ml. Und das wäre dann ein Duft, von dem habe ich auch nur eine Abfüllung, weil, ganz ehrlich, so, die Kohle will ich dafür auch nicht ausgeben. Das wäre dann ein Duft, der heißt The Night, also die Nacht von, äh, Frederic Malle. Das ist ein französisches Haus und das ist ein Duft, der arbeitet mit Oud, ja, also mit Rose und Oud. Frederic Malle, The Night, können wir uns gerne direkt mal anschauen. Oh, ist sogar ein bisschen im Preis gesunken, tatsächlich. Nur noch 680 beziehungsweise 765 Euro die 50ml. Finde ich spannend, aber hier sieht man halt, die 100ml kosten dann 1100, ne. Also, das wäre dann ungefähr so der, ne, derselbe Preis wie Diagilev. Okay, ja gut, äh, der war mal bei 1000 Euro. Ich weiß nicht, warum sie ihn günstiger gemacht haben. Aber auf jeden Fall ist das, äh, ist das hier ein Rose-Oud-Duft. Und das Witzige ist, er arbeitet mit echtem Oud, ne. Wie ihr wisst, Oud ist so ein Inhaltsstoff, äh, das wird aus einem Baum gewonnen. Wenn dieser Baum, zum Beispiel, verletzt wird durch einen, äh, durch einen Axt-Hieb oder so, dann kann es sein, dass sich da ein bestimmter Pilz einnistet. Der Baum produziert dann ein gewisses Harz und dieses Harz, äh, was quasi so die Verteidigung des Baumes gegen den, äh, gegen den Pilz ist, das ist eben Oud. Und das Spannende ist, Oud ist einfach extrem selten. Die Bäume müssen teilweise 60 Jahre wachsen, damit man überhaupt irgendwie Harz, äh, ernten kann und so. Und deshalb, weil es auch nicht mehr so viele davon gibt in der Welt, ist das Ganze sehr, sehr teuer und kostspielig. Und das spiegelt sich dann zweifelsohne in dem Preis von so einem Duft wieder, weil es einfach für das, was es macht, was du auch viel günstiger bekommen kannst, einfach sehr, sehr teuer ist. Also das wäre wirklich was. Da zahlt man für die Inhaltsstoffe, äh, wobei ich mir auch nicht sicher bin, wie viel, wie viel echtes Oud da jetzt, äh, wirklich so drin ist. Aber ich finde, dass es, äh, du merkst es halt auch hinten raus, merkst es schon dadurch, dass es so eine balsamische Note hat, so eine harzige Note, die, äh, du bei sehr wenigen Düften nur findest, dass das auch wirklich, äh, echtes Oud enthält. Aber es ist einfach, ja, sehr simplistisch, hat auch so eine gewisse super orientalische Note. Also wäre jetzt auch nicht für jeden zu empfehlen, aber das wäre zum Beispiel so ein Parfum, was man sich dann für, äh, diesen entsprechenden Preis auch kaufen könnte, ne. Ja, ist für mich ehrlich gesagt so ein Liebhaber-Ding, ne. Also ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich das wirklich haben müsste. Ich finde den Duft gut gemacht, aber es ist, wie gesagt, für die Leute, die das Extra-Geld dann eben dafür ausgeben wollen. Gut, und wenn man jetzt natürlich noch eine Ebene höher geht, dann gibt es eigentlich meiner Ansicht nach nur noch die Möglichkeit, dass man sich selber einen Duft machen lässt. Das habe ich vor einer ganzen Zeit tatsächlich mal machen lassen bei so einem Nischenhaus, das heißt Ensa-Oud. Äh, das ist ein Typ, der sitzt in Thailand oder, ne, in Jordanien, glaube ich. Und der macht die Sachen eben, stellt er selber von Hand her. Und man kann auch sehen, ne, das Ganze kommt in so einem Leder, in einer Lederhülle. Und hinten steht auch drauf, Kais Homeros Privé. Also der Duft ist eigentlich, heißt eigentlich Homeros, also ist halt so der Name. Und, äh, ich habe mir diesen Duft personalisieren lassen durch so bestimmte andere Inhaltsstoffe, die, äh, hier einfach hinzugefügt wurden. Und deshalb ist es eben Kais Homeros Privé geworden. Im Grunde genommen riecht dieser Duft sehr, sehr ledrig. Hat, äh, Orangennoten mit drin, hat Ledernoten, hat Zypresse und so. Also so ein bisschen in diese griechische Richtung geht das Ganze. Hat aber anstatt Alkohol, weil normalerweise ist Parfum ja in Alkohol gelöst, hat es sogenannte Ambergris-Tinktur. Ambergris ist auch so ein extrem teurer Inhaltsstoff, der normalerweise bei so Sachen wie Creed Aventus oder, ja, anderen Creed-Düften nur in sehr, sehr geringen Konzentrationen verwendet wird. Die kosten ja auch schon 200 Euro teilweise oder 400 Euro. Also da merkt man schon auch den, äh, den, äh, den Wert von diesem Inhaltsstoff. Und hier haben sie eben den, äh, den Alkohol von dem Parfum tatsächlich einfach ausgetauscht mit Ambergris-Tinktur. Das ist der Grund, warum das so teuer ist. Hat im Grunde genommen eigentlich nur den Effekt, dass das Ganze mehr projiziert und stärker, ähm, abstrahlt, ja. Und noch so eine richtig schöne salzige Note mit dazu bekommt, die bei dem originalen Duft nicht dabei war. Auch hier ist Oud drin, auch hier ist Moschus drin. Also es ist auf jeden Fall auch sonst schon kein günstiger Duft. Der kostet sonst, glaube ich, 700 Euro. Und, äh, diese Flasche hier kostet jetzt die 50ml 3000 Euro. Also habe ich damals bezahlt. Äh, natürlich inklusive Zoll. Also Ursprungspreis wären, glaube ich, zweieinhalb oder so gewesen. Und dann mit Zollgebühr, Lieferung und sowas landet man bei 3000 Euro. Also das wäre dann so die ultimative Stufe des Luxus. Wenn man jetzt nicht nur auf diese limitierte Variante, äh, scharf ist, äh, wie zum Beispiel bei, bei, ähm, bei diesen Xerjoff, äh, Plugs, ja. Sondern man möchte halt auch wirklich was Eigenes haben. Dann ist schon das der Preis, den man hinlegen muss, um einen eigenen Duft zu bekommen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich hierzulande, äh, mit einem Parfümeur einen eigenen Duft herstellen zu lassen. Und, äh, da liegst du beim Einzelstück dann eben auch so bei 2000, 3000 Euro, äh, die 50ml. Kannst dir das aber natürlich auch jederzeit nachproduzieren lassen. Dann wird's günstiger. Das heißt, wenn das jetzt irgendwann leer ist, könnte ich das auch deutlich günstiger einfach nachproduzieren lassen. Ja, trotzdem sind die Plugs fünfmal so teuer. Das ist natürlich auf das Öl bezogen. Also bei den Plugs bekommst du, äh, bekommst du natürlich das reine Öl und nicht in Alkohol gelöst. Also ich glaube, dass sich das preislich schon so in einem ähnlichen Rahmen bewegt. Aber es ist natürlich an dieser Stelle völlig auf diese Limitierung bezogen. Während es hier auch wirklich mit den, mit den Inhaltsstoffen zu tun hat, die da so drin sind. Jo, das ist also so der, der richtig teure, der richtig teure Spaß, ja. Also wenn man mal ein Upgrade haben möchte zu den normalen Sachen, äh, kann man da auf jeden Fall mal schnuppern. Ich meine, viele von diesen Düften hier, ähm, Matsukita und, äh, Roger Parfums und so, das gibt's halt auch in Parfümerien. Also wenn man das jetzt noch nicht getestet hat, wenn man das mal testen möchte, kann man definitiv das auch mal, äh, bei Bräuninger oder anderen großen Parfümerieketten das gerne mal testen. Und auch bei kleinen Nischenparfümerien natürlich, ja. Hier wird's schwierig, ne, das muss man wirklich, äh, das war auch ein Blindkauf. Also würde ich heute auch nicht mehr machen, aber ich wollte einfach mal früher mal wissen, wie das ist. Ja, das ist halt, äh, das, was du für das Geld im Grunde genommen kriegst.